Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island, wo waren wir? Wir hier rüber. Genau, wir waren ja hier. Haus voller Überraschungen. Genau. Hinter uns, glaube ich. Ja, ich sehe. Ach, die kommen hier alle angeschissen jetzt, ne? Ja, ich glaube, das sollte ich auch als nächstes machen, wenn das geht. So, das war's, ne? Ist das hier? Fleisch. Oh, eine Machete. Was? Nichts. Ich habe nichts gesagt. Eine Machete, Luca. Ihr habt nichts gesehen. Ah, ja. Was ist das denn jetzt hier? Was ist das denn da? Was ist das denn da? 500 Meter? Ach, das wäre bestimmt der Cinemoy. Aber ich würde mal hier die Bungalows, weil wir hier noch nicht waren, weißt du? Ja, aber wir haben doch jetzt gar nichts gekriegt hier, oder? Ja, ja, die Cinemoy Quest ist wieder aktiv. Doch, ich eine Machete. Ja, ja, das habe ich gehört, du Geier. Ja, mach mal wieder die Verloren, ne? Ja. Na, äh... Hast ja gesehen, hier gibt's überall noch Nebenquests. Ja, ja. Ja, ja. Warum bleibst du denn stehen? Ich bin hier gerade was am Gucken. Hallo? Ja, hallo. Wie geht's hier? Lange nicht mehr gesehen, ne? Ja, gut. Und ihr? Ja, ja. Alles Roger. Da haben wir uns erst vorgestern, glaube ich, gesehen. Kann möglich sein. Ich bin gerade, äh, am Scanlern, deswegen. Ja, gut. Ja. Warst du hier gerade in einem anderen Bungalow? Hier. Hier kommst nicht rein. Alles die Tür zu, doch. Hab ich auch festgestellt. Ja. Mann, ich muss mit jedem Schlag treffen, ey. Das... Kloppt, ey. Ja. Oh, da ist ein Strandhaus. Vielleicht haben wir ja da die mehr geht. Hab mir zweiflich. Mega. Ich geh da nicht zu nahe hin. Du? Äh, nö? Da ist eh nur ein Portemonnaie drin. Mann, ist ein Scheiß. Nein, ich lass dir mal die Kiste. Ja, wir dir auch nachholfen. Du Machetenklauer. Tausend Dollar, gar. Nein, ich hab nur 33 gekriegt. Also hast du auch nicht viel mehr gekriegt. Und Waffe drin. Sag ich nicht. Was ganz tolles. Ja. Boah, da ist er. Irgend so eine graue Waffe. Oh. Und hat er mir nicht was gerustet. Hier ist der Schläger. Ah, fuck. Ich hab'n Revolver. Ja, jetzt gibt's Schläger. Au. Laserhalsi. Ja, kette. Auf Z, ne? Äh, im Gericht. Ja. Au, jo. Scheiße, hättest du was gewartet. hier ist ein ausweis hier liegt ein ausweis ich habe auch da einen revolver gefunden ich brauche Muni muss das die schlampe sein oder nicht keine bösen wörter hier ist alles dicht auch die svetlana habe ich hier nirgendwo auf dem radar warte 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 ich habe ne idee aber tu mir jetzt nicht mir gefallen und mach jetzt kein scheiß weil ich hole jetzt die gas buddel ja und den auf den schlägern auf den schlägern ja was wird mich jetzt nicht damit mache ich schon nicht du bist schon anziehen ja aber der trifft da eh nicht drauf oder doch doch ja dann ja dann boah sie haben schreien ja ist das schon tot ja ausnahmsweise ja die svetlana die finden wir nicht äh die maggie maggie ja ich würde sagen wir machen mit der haublequest weiter das bringt nichts ja vielleicht ist sie auch erst in den nächsten drin stimmt auch wieder ja ok komm ja aber das bringt nichts dass wir hier die ganze Zeit so rum ja ja weil ich vermute mal die muss sie ja irgendwo sehen und treffen ja treffen pang voll in die fresse mhm nee ist das ein schläger? ne ist ne wahl ne 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 der ist weg du hast einen baseballschläger verloren du hast einen baseballschläger verloren du hast einen baseballschläger verloren ja ich hab den vor ich hab den vorhin geworfen damit der nicht zu schnell den erst schlackert weißt du? ja ja weil meistens freuen die dann damit um meistens ich geh zuerst zurück flogen ist sowieso einer der besten hier noch mit dem werfen hm ich find's schwachsinnig hm das werfen ist nicht so besonders doch find ich schon wenn du das richtig geskillt hast und die werfen immer wieder zurückkommen boah schon sind am halben stand vorbei ja ja du bist jetzt an die vorbeigelaufen? ja ich hab gar n bock das dauert nur zu lange ne blööööö... Alter alter wiff ja ist er noch da ja klar ich bin hier noch im Köln brauchst du Hilfe öh immer noch ey einer 4 das wird die Woche er er der Wüste einfach automatisch in den Scheiß aus und ich bin tot Ich auch. Also ich glaube, weil er einfach irgendwelche Waffen ausrüstet. Ja. Ich hab zwar gerade meinen Hügel da geworfen, aber... Ja, manchmal das ist voll kacke manchmal hier. Ehrlich, ey. Was ist denn hier oben? Ist hier irgendwas? Ja, aber guck mal, hier sind irgendwelche Zeichen drin. Auf dem Boden, da war so ein Fall nach oben. Ja, jetzt komm ich hier nicht mehr, doch hier komm ich weiter. Ja. Bist du oben? Ja, ich bin oben fast. Ich brauch immer kurz ne Pause. Ja, ich geh den normalen Weg. Ich bin oben. Und, was ist da? Ein schwerer Stock. Nichts, ne? Ja, super. Ja doch, ne Fahne und so Totenköpfe. Zwei Totenköpfe und so ne polnische Flagge. Ha, 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 ha. Paradies, das zum Albtraum wurde. Okay, ich würd sagen, weiter. Was denn? Ja, ich mein, guck doch mal. Achso, ja, klar. Die schöne Insel. Ach, da unten ist ein Auto. Guck mal da. Ich glaube aber dann ist halt mehr, dass wir das nutzen können. Glaube ich auch nicht. Nervig. Das mit der Kondition ist nervig. Hier sind Verbände. Ja, ne Basis geschmissen? Nein. Ja komm, lass mal sputen. Ja, einen Baum ist, da brauch ich nicht. So ein Cineboy. Ja. Weißt du, was ich mich mal so gefragt hab? Welche, beziehungsweise, was oder wo könnte bei Neu sein? Pass auf hinter dir. Insel in der Südsee. Bora bora vielleicht. Würde ich mir rein. Äh, du gerettdachermachen. Ach, weiß aber, leg mich hier. Lass dich hochgehen, schnell. Ja, mach ich das schon. Äh, und ich renne, renne, renne im Sause-Schritt. Das heißt immer noch, ich düse. Achso, immer noch? Ja. Hab mich mal, Alter. Hallo? Hab mich gerade was anderes, ob es davon so eine Verfilmung geben würde. Vom was? Vom Sause-Schritt? Ein Dead Island. Ein Dead Island. Eigentlich cool, oder? Glaub ich aber nicht. Bisschen mehr, was er blabert, haben wir ja schon mal gut. Ich weiß, was ich meine. Ja, da steckt gerade Cinema hier an. Okay. Vielleicht können wir das machen. Und zwar in der nächsten Aufnahme. Ja, wir kriegen den Aufnahme. Jo, ciao. Ne, warte, der ist noch nicht zu Ende gesprochen. Okay, bis zur nächsten Aufnahme dann. Tschüss.